was hat mich denn jetzt gibt okay ja sind wir ein bisschen zu schnell gewesen da war noch eins was wir haben übersehen okay wir haben wieder volle ja dann müssen wir das ganze alles im schleichgang machen okay dein ernst wir haben bei der über schwanz lauf oder weiß auch sowieso das jahr zu leben wo will ich denn jetzt hier wir Oi, 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 oi... Winter! Es ist wieder hier und rückt mir auf die Pelle! Das Riesenteil! Komme ich gar nicht rein. Ich will mal wissen, was mich gerade umgebracht hat hier. Hey, ich bin im Auszug. Ich weiß nicht, wo es hin ist. Boah. Alter, erschreckt er mich jetzt auf einmal. So was. Total angespannt, ey. Und er fängt einfach an, so Lust zu reden, ey. Oh, ho, 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 ho. Heiliger Stadisklaus. Oh. Wir wurden da folgend umgebracht. Warum auch immer. Oh, ja. Ich habe das Gefühl, wir sind hier irgendwo in die Richtung des Nestes unterwegs. Und ich glaube, wir sind dort jetzt wieder. Okay, da. Da ist nix. Da ist auch nix. Sieht auch nicht aus, als wenn da irgendwo was rumliegt. Okay, dann... Oh, ich habe es gesehen. Ja, kannst du mir mal sagen, wo ich dann hin soll? Ich habe mich jetzt nicht bewegt, aber wir wussten trotzdem, dass wir da sind. Ah. Scheiße. Das war so. Das war schon. aha also die türen verschließen okay alles klar ja aber die tür hinter mir ging doch gar nicht mehr zu die war doch ja ja nee okay geben wir noch mal auf na mach schon okay jetzt verstehe ich oh man oh man kopfschon geh auf geh auf weg hier okay das war jetzt okay ist auch so die mutter der aliens wir müssen auch mal zurückgekommen ja da red gleich los Hansen's we're hit ja du siehst doch dass da einer ist alter warum tust du nicht ballern du pfeife meine maus hat irgendwelche schwierigkeiten was die ganze zeit auf der finger allerdings ich werde Wir haben Reet. Uns geht die Munition aus und wir werfen gleich Steine. Wir gehen hier zusammen nach. Wir lassen niemanden zurück. Wir wurden getrennt. Sie war bei den Treibstoffzellen und ich bin in den Verschlag gerannt. Sie werden zuerst versuchen, sie einzuhüllen. Wir haben Zeit. Okay. Hey, weißt du das? Peace. Gehen wir. Okay, äh, wenn es so lange geht, dann gucke ich mir aber nochmal um hier. Ja, die ballern schon wieder. Äh? Eine Riesen-Boss-Arena, würde ich mal sagen jetzt, äh? Nicht gerade, ähm, klein das Gebiet hier. Heavy Metal, ey. Schöne blau angeleuchtet, ey. Okay, wir haben wohl alles aufgesammelt. Obwohl haben wir auch. Da müssen wir auch ein bisschen Munition können wir immer gebrauchen. Ah, da ist echt tricky, ey. Primär, wir haben noch vorhin irgendwie, äh, eine, was ist das denn, da? Primär Pulsgewehr. Stumm, das ist noch nie. Ach, das ist die von gerade. So können wir sie wechseln. Ja, ich geh schon. Ich geh schon mal wieder. Ja, ich geh schon mal wieder. Okay. So können wir sie wechseln. Und diese chose, äh, ist doch ganz klar, wie sich wechseln. Und diese haben wir euch schon hier. Töne ist ja. Ich bin jetzt nicht richtig. Aber ich bin ja, ich bin ja. Und die Seele, äh, ich bin ja ganz klar. Ich bin ja, ich bin ja klüge. Ich bin ja gar nicht. Warum bleiben die da stehen? Schau mal nicht da hoch. Okay. Gehen wir hier lang. Da sind wir da hergekommen. Loll? Und jetzt? Rett wieder zurück. So, aber jetzt? Was ist los? Nee. 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 Nee, komm ich nicht rüber. Warum auch immer. Die laufen auch nicht hinterher. Ich weiß nicht, was hier... Muss mal einer verstehen, ey. Mal ganz ehrlich. Ja, da guck ich's mal hier. Jetzt kommen wir auch nicht weiter. Ja. Wir müssen in die Richtung. Also, uns wird angezeigt, dass wir in die Richtung gehen sollen. Ja, aber wie kommen wir da oben vorbei? Das verstehe ich jetzt nicht. Die bleiben ausgerechnet auch noch dahinten stehen. Sing das Lagerfeuer lieb. Ich komm einfach nicht hoch. Ich war schon nochmal auf dem Ding drauf. Okay, der Rutsch wird dann wieder runter. Ich bin da. Ach. Im, äh, da liegt ja nicht jemand. Ich hab' gar nicht gesehen. Danke. Es ist so... Wir haben Gesellschaft. Waaah! Ahh! Wo kommt die denn alle weg? Immer in Bewegung bleiben wir aus. Boah scheiße, ich rutsche gerade immer so weg hier. Boah scheiße. Komm, wie geht das jetzt? Der meint der hell. Wie kommt die denn alle da hoch? Wie geht das jetzt? Komm, holen Sie bitte. Shhh. Ah. Teile die Sekundärkabel. Mist, sind das viele Kabel hier. Okay, ich hab das und was ist doch. Nur eine Minute, um sich zu verbinden. Ah. Ah, Wiedersehen. Äh. Ich frag mich, wie lange die blöden Weiber brauchen, um das Ding in Gang zu kriegen, ey. Und unsere Waffen, das ist irgendwann die Munition, alle. Also, äh. Kontrollierte Feuerstöße. Der ist ja lustig. Mal ganz ehrlich, ey. Ich weiß gar nicht was. Danke. Ja. Scheiße. Ich weiß nicht, wie lange die schaden. Äh. Ah, da hinten. Ich, ich muss sie erst mal mit den Sekundärkabeln überbrücken. Den Ofen in der Kantine braucht doch niemand, oder? Ja, genau. Sichtkontakt! Waffen bereit machen! Im Frieden, der Gumm! Kontrollierte Schüsse! Ja, schieß ruhig. Ja, schieß ruhig. Ja, die eine Waffe hat keine Munition mehr. Ja, der ist auch kaputt. Ja, der ist auch kaputt. Hallo? Was macht ihr denn? Geh zurück zur Zentrale. Los, Böller, beweg deinen Arsch. Böller, lauf! Mach schon, O'Neill. Wir müssen zur Zentrale. Wir haben keine Munition mehr. Mal, Knarre werfen. Äh, Knarre werfen. Ja, Knarre wechseln. Das ist doch gerade der Richtige. Das kann doch wohl nicht da sein. Ich bin direkt hinter dir. Geh schon. Ah, gibt's noch nicht, ey. Alter. Das ist doch. So tauglich ist mein Kumpel da. Weißt du, der hat immer noch diese fette Gun. Und wir müssen uns, äh, ne? Mit so, äh, Kleinwaffen rumschlagen. Ich schwöre, ich lass dich hier. Nee, 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 nee.